Aktuell werden in Niederösterreich nur knapp 50 Prozent der Kinder auch am Nachmittag im Kindergarten betreut. Hauptgründe dafür sind die frühen Schließzeiten und die Kosten für die Nachmittagsbetreuung. Dadurch sind viele Familien gezwungen, dass zumindest ein Elternteil unfreiwillig Teilzeit arbeiten muss. Es kann daher nicht sein, dass für Familien und ganz besonders für Mütter die Kosten der Nachmittagsbetreuung ein Hindernis sind, um mehr Arbeitsstunden anzunehmen. Für uns ist es daher relativ klar, wer nach der Karenz wieder Vollzeit arbeiten möchte, der muss dazu auch die entsprechenden Rahmenbedingungen vorfinden. Zur finanziellen Entlastung von jungen Familien wird die Arbeiterkammer Niederösterreich ab 1. November für ihre Mitglieder einen eigenen Kinderbetreuungsbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind bereitstellen. Wie funktioniert es? Am besten online. Dort findet man auch alle Informationen, wie man zu dem Kinderbetreuungsbonus kommt. Man muss einfach Daten hinaufladen. Der Antrag wird von uns bearbeitet und so schnell wie möglich bekommen die Eltern den 150 Euro Bonus ausbezahlt. Der Bonus gilt für alle Kinder, die zwischen 31.08.2017 und 1.09.2022 geboren wurden und kostenpflichtig betreut werden.